Musik 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 Ähh Du heißt aber anders, ne? Ja Musik Was ist mit dem Genji los? Musik Mehr anzeigen Mehr anzeigen Was ist denn, du bist bei mir ganz unten Ja, das kann ja nicht sein hier Vom Namen her nicht, dürfte ja eigentlich unten sein Dürfte gar nicht sein Ich finde dich irgendwie nicht, ich mach's einfach später Ah jo, pass schon Ich sollte aber laufen Ich bin auch toll fatschig, ja ähm Es ist nicht mehr feierlich, wie toll fatschig ich überhaupt bin Links ist ne Ash Links unten Genji ist rechts unten Und der Doomfist, äh, hat's glaub ich nicht links rüber geschafft So wie's sich grad angehört hat Genji ist tot Au Er hat die Heilung hinten genommen Meine Heilung Anna McCree rechts Ja, Anna ist links Ja, geil, Anti hier, halt drauf Racer ist tot Er ist schon aufm Dach Danke Tot Ach, hier ist ein McCree hier vorne Ja, ich muss... Das Beste kommt halt zum Schluss Musste halt nachladen Das ist so BUS Vielleicht fand ich dann noch 10 Ich glaub wir bekommen den Punkt, ne Was? Hä? Ich hab grad nicht geguckt, wie viel Life ich noch hatte Ich hab... Äh... Ich muss gefühlt... Minus 1 Minus 1 Ich weiß gar nicht, was hat mir dann der Match gemacht? Ich weiß, dass du Heilung brauchst, chill mal dein Lieben Ich hab sie halt nicht getroffen mit der Granate Ich treff dich mal den fetten Reinhardt mit der Anna, ist richtig traurig Ähm, ich weiß gar nicht, wenn ich der Match wusste, soll ich denke mal Reinhardt, ne? Jetzt haben sie auch nur wieder Oh Gott Der hat Anti-Heal drauf, der Genji Und hier ist eine Tracer Die Tracer ist gleich tot Ich boxe die gleich Ja, ist das kacke, ne? Da hinten ist Genji Oh Gott, ich hab so wenig Leben Wie die Leute wegspringen, weil du auf sie schießt Ja, so Die würden wegspringen Ich mit meinem Aim Ähm, Geist Ja, ich hatte den Genji Weißt du was? Machen wir einfach mal Oh nein! Der hat doch nichts mehr Nice Oh oh Achtung Ich muss nachladen Das war doch grad voll easy So Eigentlich solltest du mir ja als online angezeigt werden, wenn du ja jetzt streamst, ne? Jaa, ne? Drownlord All klar Ich hoffe ich hab's richtig geschrieben Bestimmt Nö, hab ich nicht Super So Ab mit Da gleich bei Ausrufezeichen Multi Und da könnt ihr uns nämlich zusammen zuschauen Wenn ich's richtig angegeben habe Ich tue da auch wenn Also ich bin schon mal live Ja, ich hab's richtig eingegeben, ich bin stolz auf mich Bin auch stolz auf dich Dann könnt ihr nämlich die Skills von ähm Anime Freak mal so ein bisschen anschauen mit seiner Widow Die sind ganz cool Schleimerin Wie, ich find du hast ne gute Widow also Ne? Jaa Ich bekomm bei beiden erstmal ne Werbung echt Ich hab aber gar keine Werbung eingestellt über Twitch eigentlich Das hast du glaub ich standardwähig Echt? Echt? Ist das normal Werbung? Wenn du Subs hast glaub ich auf jeden Fall Okay Ich spiel jetzt mal mal Brigitte Brigitte Also ich hab halt keine Werbung über Twitch eingestellt eigentlich normalerweise Deswegen Find's grad ein bisschen komisch So was haben wir denn? Zwei Heiler und ein Tank Und noch ein Tank wäre eigentlich auch schön So ein Schnell Tank FRANKO! Profi gibt dir Gameplay! Genau! So schaut's aus Wie geht's dir? Hallo Franco Schön, dass du mal wieder vorbei schaust Ich hab Brigitte schon ewig lang nicht mehr gespielt Sind längst Aber sie wurde ja noch nicht genervt von daher Das kommt noch ja Links sind die, rechts ist nix Au! Ja ja, gut Job Mach's jetzt platt Alles gut Müde dir Mir geht's so lala Ich bin ja kälte Mir könnt's wirklich ein bisschen besser Ganz so links oben Der Hanze ist oben, genau Ja ich Schieß dir mal runter Irgendjemand Bist tot Reaper rechts Ja der haut da halt ab Ich geh mal nach Ich weiß nicht ob ich zum Reaper möchte Ist der bei dir? Der ist bei mir Der ist auch rechts Ich spring einfach runter Dann kann ich teilen Okay Komm her! Hehe Hehehe Vielen Dank Soll hier bleiben, verdammt Soll hier bleiben, verdammt Ganz so links oben Ich bin gerade bei der Arbeit, Franco Ich bin gerade bei der Arbeit, Franco Ey lass die Murphy in Ruhe Na? Wo ist sie hin? Oh Gott Hier ist ein Reaper hier links Ich lass die Heilung genommen Moira Ist tot Kann ich ja auch Kann ich ja auch Ich kann nicht, kann ich heilen In 3 Sekunden Jetzt Ich kann, ja jetzt Ich kann, ja jetzt Ich kann, ja jetzt Hallo Hinter meinem Schild Ich kann nicht sehen, Reaper Hihihihi Ich lass uns Tracer auf'n Point Lass uns Tracer auf'n Point Lass uns Tracer auf'n Point Oh ne, die haben Tyrets da oben Ah Tja Moira Oh, ich hab ihn erwischt Geil Ich dachte, ich erwisch ihn nicht Gute Besserung, danke Jetzt fängt meine Nase an zu laufen Kaum ist Franco da Tja Ich weiß nicht, ob das was gut ist Oder was schlechtes ist Ich muss eh meine Nase putzen Die haben ne Bastion jetzt Ästchen Oh, ich muss euch nachher Bei mir in Ladebildschirms sind Oder in der Suche noch meinen Glücks Pikachu zeigen Gebt mir Glück Ein Stofftier Die Mercy ist genauso wie ich Was das Wiederbeleben angeht Sein Ultimate ist so gut wie ein Solange sie nicht wegläuft Ich hoffe nicht Wow, die Tracer, was ne Ulf Cool, gell? Total gut Irgendwie sind die grad voll schlecht Tracers hier hinten Irgendwas ist hoch Nein Haha Wow Ja, ich heil dich Hoffe ich doch Ich hab grad keine Heilung mehr Heiler ist halt echt geil Das hier text ist nicht hoch Es ist tot Oh, Achtung Das reicht nicht mehr Ja, und du wolltest das eine ausziehen Ach stimmt, du wolltest zusehen wie ich den hier ausziehen Ne? Was, du willst dich nackig machen? Cool Das muss ich sehen Den da Das hier Das ist ein Anzug hier Weg So, Pikachu ist nackig Außer die Dinger Die kann man nicht ganz wegnehmen Weil die da so Noch ein bisschen festgebunden sind Aber Jetzt ist Pikachu nackig Cool Und äh, ich wollte mich mal selber Weil Egoist und so Äh Das ist so groß Du hast einen nackten Pikachu Ja, ich hab den grad ausgezogen Wat? Guck, ich zieh ihn für dich wieder an Moment, ich musste erst mal bei dir gucken Cool Wie, du schaust mir nicht zu Äh, lol Warum sollte ich? Warum nicht? Jetzt ist eh erstmal Werbung Siehst du es jetzt? Nein, Werbung Oh Mann, ich sag einfach Bescheid Dann halte ich's nochmal hoch Äh, äh, Verteidigung Ach komm, ich spiel nochmal Prieta Es hat zu viel Spaß gemacht gerade Prietitte So, jetzt hätte ich ihn gern Jetzt guckst du? Ja Guck, mein nackiges Pikachu Und ich mach jetzt gleich einen Äh, äh Oh Gott, der sieht richtig böse aus Ja, ja, aber warte, warte, warte Evil Pikachu Ja, ne, jetzt müssen wir einfach nur nach vorne laufen Moment, ich muss mein Pikachu anziehen Ah Ich lauf kurz, kurz Nach vorne Und ich dachte sie sich Nein, Franco, ich mach keinen Strictly-4 Schade Gä? Schade, Franco Oh mein Ah Männer Ach, ihr wieder Männer Männer Schade, schade, ach, Franco Ach, Franco So, ich bin jetzt hier vorne Diese blöden Klurak-Dinger Oh, okay Dann, äh Zuhre ich ihn Angezogen Nachher nochmal zeigen Hast du gesehen, Franco Du bist VIP VIP Nein Nein Das wollte ich nicht Ah Nice Heilung, danke Sind die da oben? Ich glaub schon Der Wido ist fast tot Das ist unten links Hansel ist rechts drin Ach, du bist rechts Ah, wir haben ein Schild down Alter, die sind alle rechts drin Das ist grad ein bisschen uncool Ja, ähm Das ist uncool hier Ich geh mal runter Ich hab zwei Bildschirme Und jeweils auf einem Bildschirm Die Wattepauschie und den Drownload Läuft bei mir Ja, so kann man's natürlich auch machen, Mali Wenn ich halt, äh, bei Twitch jemanden zugucke Und die Multistream anhabe Haben, dann Kann ich das halt auf dem Laptop nicht machen Oh, da hab ich ja echt noch gar nicht drauf geachtet Du bist VIP, VIP, oh, das wollte ich nicht Äh Ich glaube den Ich schlafe auch noch Näääh Danke Neneeneene Du test einfach dann dein Laptop Ja, genau Einmal mit dich durch Dann läuft's bestimmt gleich viel flüssiger Sehr schön So wenn wir uns was sammeln, zünde ich mal Ulfis. Der Reaper? Kommt doch nicht. He he, welche Box. Eigentlich so gut wie wir grad sind, könnten wir auch Ranked spielen. Kai ist einfach dann dein Lepter, das haben wir schon gelesen. Wie sagen sie Genji? Genji? Na ja. Trägt trotzdem nix. Ash ist schon ein bisschen greedy. Lieber alles mehrfach lesen als gar nicht. Ich schau eigentlich viel zu viel auf den Chat dafür, dass ich Overwatch spielen sollte. Aber ich weiß auch nicht. Ich unterhalte mich halt gerne mit den Leuten und hoffe, dass die was schreiben. Eine Heilung? Heilung für mich? Ähm ja, ich lauf gerade dem Reinhard hinterher. Jetzt bin ich tot. Ich bin dem Reinhard hinterher gelaufen. Na Ash? Mali, ich hab auch zwei Bildschirme. So ist es nicht. He he he. Nur ich hab das halt minimiert, weil das kostet ja als Performance. Wenn du so Chrome mit ein paar Tabs offen hast und dann auch nebenbei das Video läuft, das zieht dann doch etwas viel Leistung. Ja, ich hab auch Bildschirme und ich kann auch... Du hast Bildschirme? Cool. Du hast Bildschirme. Laufen lassen. Ja, zwei Bildschirme. Du hast gesagt, ich hab auch Bildschirme. Nein. Zwei Bildschirme. Wenn ich nebenher noch meinen Stream auf hab, dann leckt das sehr bei mir. Also guckst du jetzt meinen Stream, mein Pikachu. Schon wieder Moment. Ja, ich lass doch noch gar nicht angezogen gesehen. Ich will es ja nur nackt sehen. Wie sie grinst, bei mich will sie ja nur nackt sehen. Es ist alles halt verzögert logischerweise. Ja, ja. Ich hab die Latzose schon mal angezogen. Die Latzose? Und die Handschuhe. Oh ja. Das ist aber irgendwie kaum ein Unterschied. Nein, warte, warte. Das wichtigste fehlt noch. Zwar der Hut. Hut. Der Hut. Hut. Da. Ja, dauert noch. Jetzt ist es ein Glurak. Das stimmt, ja. Und ich finde die Flügel hier hinten halt echt süß. Aber noch so Glurakflügel. Die schwimmen Flossen. Die schwimmen Flossen. Das ist so süß. Ja, das stimmt. Das ist niedlich. Oh, du spielst McCree, cool. Ich weiß nicht, was ich spielen soll. Frank muss sagen, was ich spielen soll. Petra. Petra. Spiel Petra. Wer ist Petra? Äh, der dreißigste Held. Das wär'n geiler. Petra. Ey komm, wir haben Brigitte. Können wir auch Petra haben. Wrecking Ball. Oh Gott. Wir werden verlieren. Ja. Ja. Oh, ich hab' den Chibi-Spray noch gar nicht ausgewählt. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit in dir ausgewählt. Was? 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 Warum geht das nicht? Ich nicht. Also Versa spielt Diamond und Wars hat mal, äh, Master gespielt. Diamond Master. Ja. Aber Season 9 aufgehört. Let's go. Oh mein Gott. Okay. Also, ich rush da jetzt rein. Und geh auf den Punkt. Und geh auf den Punkt. Haha. Nein! Ich mach' Ablenkung. Aber hey, Brigitte freut mich. Ah, das hat nicht so... Nein, 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 nein. Heilung! Nein! Ah, ich hab' ja noch'n Schild. Ah. Heilung, sind am Zielpunkt. Er wird verschlafen. Siehst du, wie gut ich die abgelenkt habe? Oder wie gut sie sich am ablenken lassen. Na, das war ordentlich. Die Brigitte war die ganze Zeit hier hinten bei mir. Oh, und ich bin nicht mal on fire. Oh. Okay. Ich brauch nur einen Schwung. Geh mal hier hin. Wir machen mal kurz die Heilung. Mach die ganzen Töpfe kaputt. Nein, da kann ich nicht ran. Ich schieß mal einfach von hier. Wow, die Band ging richtig bad, man. Was geht? Sorry, so schnell hab ich glaube ich den Vogt noch nie eingenommen. Oh, doch. Oh, oh. Mein Tate, wer? Mali, ich zeig dir das als einfach. So lange. Was hast du denn gemacht? Führungsrolle bekommen. Okay, hast schon gut aufgeräumt. Kein zukünftiger Wrecking Ball Man ist geboren. Ich glaube nicht. Aber irgendwie kann ich Wrecking Ball auch nur im Attack und in Verteidigung ist der irgendwie kacke. Ich kann mit dem überhaupt nicht umgehen. Echt? Nee. So oft nicht bezogen werde denn zu spielen, kann ich ihn doch schon langsam so ein bisschen. Gut, ich müsste hingehen und müsste das einfach mal ein paar mal machen. Fienchen, was ist denn jetzt? Willst du doch mitspielen oder willst du doch lieber nicht mitspielen? Verteidigung. Franco, was soll ich spielen? Ich bin so ratlos. Genji. Genji. Genji in Verteidigung finde ich irgendwie auch kacke. Okay, dann spiel das, was du willst. Ich warte mal, was Franco sagt. Ein Sniper fehlt noch, kannst Anna spielen, haben wir alle. Nee. Doch. Komm, ich spiel einfach Genji. Oh, das ist nicht Genji. Das ist aber, ja. Um Gottes willen, ich will kein du-bis-Spiel. Ein Schuss. Ein Treffen. Reinhard, du siehst wirklich gut. Dieses Leben scheint wie für dich. Was? Ich liebe es, wenn Genji Japanisch spricht. Tja, lern's mal. Da, ich hab ganz viele japanisches Zeugs drin. Wissen du, bist du schon vorne? Hörst du Französisch? Warte. Sprechen. Was auch immer er sagt. Oh Gott, mein Hase. So, jetzt zeigen wir es dir. Ich hab verstanden, mein Hase. Mein Hase. Nee, ich hab nur ein Schäfchen. Ich hab nur Baki. Dein Freund ist was? Hase oder Schäfchen? Ein Schäfchen. Ein Baki. Ein Baki. Mein Baki. Mein Baki. Mein Baki. So, ich geh die jetzt mal... Ich geh jetzt mal Selbstmord machen. Glaub ich. So schnell reflektet. Oh Gott. 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 Wir haben nur einen Heiler. Ich hab erst 44% von meiner Ulti. Hier ist Bad man. Und du hast deine schon. Ja klar. Du hast deine eigentlich auch. Na Anna, hast du noch? Reinert hat so fast. Ja, ich seh's. Ich bin grad die einzige. Das strengt schon. Ich hab ganz ja... Ich kann nicht mehr gespielt. Scheiße. Leoparder vorne. Ah. Ah. Hier ist ja alles voller Tümerz. Was soll der Scheiß? Geh da nicht in den Raum rein, rechts. Alles voll. was soll ich in dem raum ich weiß nicht ich wollte dich nur warnen ich weiß jetzt haben ein problem ja ich gleich das ich glaube nicht nur ich hasse diese zu wird ich hab aber von hinten ist ja 613 schaden ist das gut ja ich habe zwei zielfortschritt nicht auf gold wichtige kills gemacht warum die tracer da wollte ich zwar nicht hin aber ich mal jetzt hier oben ist ich muss irgendwas anderes spielen ich will glaube ich gleich fairer ich bin noch meine ultimo spieler zum etter du bist so dumm würdest du nicht springen jetzt auch überlebt wow scheiße oh gott ich hab zwei kills gemacht hey legend danke fürs folgen lego legend weiß ich nicht genau ich kann gerade nicht gucken ich hab's nur kurz eingeblendet gesehen oh gott haben wir ein heiler hier irgendwo ist ja die schreißer dich weil ich mich als selber okay oder so die tracer ist so low das gibt's nicht kommen wir gleich wieder oder oben oder so oder der hanso holte sich weil sie sagt äh sind oben mit dem teleporter ja tracer kaum zum ok gut oh danke ich habe das fette schwein zwar gehört aber ich dachte es wäre über mir nein nein das ist mein hier Wie ist der Tracer? Wie? Ich kann die Granate nicht reflexen? Nein! Jetzt bin ich doch tot. Scheiße. Geht's sofort gar nicht. Ich weiß, ob ich doch die das hübschen soll. Ja, aber Reinhard sollte eigentlich passen. Reinhard? Die haben Reinhard. Die ganze Zeit aber schon. Was? Ich stand doch gar nicht in der Explosion. Das will ich sehen. Ja gut, viel hat man jetzt nicht davon gesehen, die nicht gestorben sind. War echt schon besser mit Genji. Was? Warum? Das war sehr ungünstig. Die Roadhog Ulti war kacke. Und ich war halt nicht mehr in der Range von der Anna. Da ist wieder irgendein Turret. Mit einer Mauer. Mit einer Mauer. Cool, wir haben eine Mauer. Cool. Ja. Ich glaube links ist eine Symmetra. Achtung. Ich will euch da hinlocken, weil die hat da Turrets stehen. Ich will euch da hinlocken, weil die hat da Turrets stehen. Ich hab' doch... Ich hab doch... Reflected! Hab ich doch, oder? Krassel. Nee. Diese Widow, die gegnerische Widow trifft alles. Ja, okay. Na, soviel trifft die nicht. Aber viel. Na, das war's von jetzt. Echt? Nein, du kommst da noch hoch. Nee, nee. Schade. Schade. Na ja, man kann nicht immer gewinnen. Genau. So, ich fand die Widow war nicht so schlecht, gerade. Ich bin weg, bis später. Okay, danke, Mali, dass du vorbei geschaut hast. Und danke für deinen Follow. Juhu, tschö tschö. Hallo und schaif. So. Ja, ich muss ja mal Nase putzen. Danke fürs Folgen, Malu. Oder Mali. Ich glaube, Fienchen. Ich weiß gar nicht, wie sie ausspricht. Ich glaube, Fienchen ist so afkar. Ich würde am liebsten meine Jacke ausziehen. Aber ich glaube, ich soll es tun. Ah. Bist du warm? Sieht schon aus. Nee, wenn ich krank bin, erkenn ich mich nur, wenn das Fenster auf so ein bisschen auf ist. Noch mehr. Also, reißt du dich eigentlich zusammen beim Reden und nicht in Schweizerdeutsch zu verfeuern? Hi, als Prinzess, du kannst auch gerne mitspielen. Äh, nee. Ich hab mich, ich geh dir schon so lange hochdeutscht. Die ist schon fast eingedeutscht. Ich bin schon echt eingedeutscht. Aber ich zocke schon seit ich 13 bin und ich bin schon seit ich 13 bin und immer mit Deutschen am quatschen. Deswegen ist das halt einfach so. Ist halt einfach so. Also, ich hab am Anfang nicht gedacht, dass du Schweizerin bist. Ich hab das nicht gehört. Aber ich hab auch nicht drauf geachtet, um ehrlich zu sein. Mittlerweile hört... Wenn man sich vielleicht drauf achtet, dann hört man es vielleicht schon. Aber jetzt so, hm. Es geht. Also, man hört es natürlich schon raus. Aber, ähm, am Anfang, ich hab das nicht rausgehört. Überhaupt nicht. Ja, also, ich kann das gut. Ich sollte Schauspielerin werden. Ja, da musst du ja Schauspieler nicht. Einfach nur dumm Zeug babbeln. Dumm Zeugs babbeln. Ich babbel nicht dumm Zeug. Sicher. Die Deutschen übernehmen wieder mal alles. Ja, klar. Sind, sind auch von der Anzahl her mehr als ihr. Als die Eidgenossen. Oh, shit. Sollte zwar nicht in Caps sein, aber egal. Ja. Ja. Wie geht's dir denn als Prinzess? Alles gut bei dir. Zwerg haben sie. Echt? Ja. Hamster. Hamster. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht lieber Mercy hätte spielen sollen. Ja, eigentlich wisst ihr der Genji oder so mal zum Turret. Amit. Ähm. Ja, it, how it's going bei euch. De Dress. Ich hoffe, ich hab's richtig ausgesprochen. Bei uns ist Going Quick Play und Fun und so. Und bei dir? Alles hier? Lass dich mal nicht so wegklopfen von den. Ganz gut, versuche wieder auf ein brauchbares Level in Overwatch zu kommen. Erst Usu grimmst dann Overwatch. Warum Level? Achso, wegen dem Gameplay? Spiel doch mit, wir spielen uns eh auch ein. Hier gibt alles sogar keinen Sinn. Wollen wir jetzt mal nach vorne gehen? Okay, nein, tun wir nicht, weil das ist geschützt, wenn ich jetzt noch für eine Symmetra bin. Kannst du mich aussprechen, wie du willst und lustig bist und bei mir Arcade Lootboxen farmen? Ja, Lootboxen kann ich auch noch farmen, Thomas. Ja, dann farm. Und jetzt bin ich lieber Mystery Heroes mit mir spielen. Ich hasse sowas. Ich weiß. Das ist so zum Kotzen. Oh ne, oder? Oder 3 gegen 3. Vielleicht ist es 3 gegen 3 auf dem Spiel. Das magst du doch, oder? Ich kann die ja nicht heilen, wenn da das Schild steht. 3 gegen 3 ist echt am besten, um sich zu farmen. Es geht halt am schnellsten. Ich brauche Heilung! Ihr dürft doch gerne alle mitspielen, wenn ihr wollt. Ausgabezeichen BT, können wir können mitspielen. Ich weiß nicht, irgendwie klappt das gerade nicht so. Ohne Schild Tank und mit nem Bestien. Loot, ich hab gerade erst gewechselt. Ja, und so, lauft doch durch die Lava. Lauft durch die Periode. Ah, die sind hier rechts drin. Heil dich, tötet sie alle. Alles tot. Ja, los, dann lass mal reingehen. Das krieg ich natürlich nicht tot. Freund, ist mir scheißegal. Hier ist nur ne Mercy. Und ne Symmetra und ein Zwerg. Oh, mein Gott. Okay. Oh, wie hat keiner mitgelaufen? Ich spiele es doch anders. Ich spiele es doch anders. Kennst du Osu? Ja, ich kenne Osu. Ich habe das auch schon mal gespielt. Finde ich eigentlich ganz cool. Aber irgendwie habe ich mal mit aufgehört, dass es mir zu schnell ging, alles. Wenn ihr 3-3 macht, würde ich mich freuen, wenn ich mitmachen dürfte. Komm, ja. Wollen wir nachher 3 gegen 3 spielen? Weiß ich nicht. Komm, wir wollen Lootboxen bauen. Wir wollen das. Du kannst mich ja einfach meiden. Ausrufezeichen BT. Du kannst mich meiden. Ich glaube, Brigitte bringt dir echt gar nichts. Das Geschütztwürmchen ist weg. Oh, natürlich. Sie trifft mich noch. Anna ist hinter euch. Ah, Hanso hat es irgendwann mal gemerkt. Hanso, alter. Playing Brick, ja. Das ist so. Warte, ich helfe dir. Oh, oh, was? Ach, ich habe es so geschafft. Danke für dein Follow. Dress. Okay, da war mal drin. Vielen Dank. Ja, das war sehr schlecht. Das war nicht so schlecht. Das hast du verdient. Warum? Sorry, war gerade zu dumm. F all bring main. Ich darf spielen, was ich... Guck mal, man kann mich sehen im... ...der after game. Wie ich sterbe vor den Tyrus. Ich habe jetzt gerade gelesen, Schaden geheilt bei dir und dachte mir so, what the fuck. Das wäre interessant, ja. Da komm. Hast du mir schon eine Freundschaftsanfrage geschickt? Du hast doch keine Freunde. Ich habe keine Freunde, ich weiß. Du hast DSL. Oh, was goldene ist. Oh, ein Wrecking Ball Skin. Chaosstifter. Der ist pink, den nehme ich. Das ist ein Überfall. Ich will jetzt das Chibi-Spray noch ausrüsten. Wenn ich es finde. Ich müsste das machen im Ende spielen. Machen sie schon mal weiter. Muss mich nicht siezen. Ich finde es nicht. Komm, wir spielen heute noch mal eine Runde Quickplay. Da habe ich es schon ausgerüstet. Was ist denn das? Was ist denn das? Da ist es. Süß. Schläfrig, hamstern, satt, hungrig. Ich glaube, ich nehme das. Freundschaftsanfrage erhalten. Aha. Ich habe doch Freunde. Dragons. Das täuscht. Das täuscht nicht. Natürlich. Nein. Du bist doch auch mein Freund. Denkst du? Ich weiß es. Mal gucken. Mal proben. Ob es schon geht. Wenn du joinen möchtest, kannst du auf den Discord kommen und zu uns dann in den Channel. Mal abbrechen. Mal drei gegen drei. Oh Gott. Hallöchen. Was sind Freunde? Freunde sind Seelenverwandte fürs Leben. Wir sind im Zockerbereich bei mir im Discord. Und Hallöchen. Oh, bist du leise? Hallö. Erstmal auf 200% stellen. Ich Gottes will, dann schreit er dich an. Nee, ist echt mega leise bei mir. Oh Gott, ich muss was picken. Gesundheit. Ich huste. Na und? Trotzdem kann ich Gesundheit sagen. Ich kann auch sagen, herzlichen Glückwunsch zur Schwangerschaft. Ja, ich glaube, da wüsstest du was von. Was machst du da drin? Es geht los. Oh, es geht instant. Ja, oh. Achtung. Achtung. Lieber Oven. Achtung. Lieber Oven. Ja, klar. Der Doomfist kann's halt. Er hat ja keinen Schaden gemacht. Ey, ich hab Bronze Damage. Ich spiel nochmal Moira. Das war kein Ranked Modus oder so, gell? Oder doch? Nee. Nein. Einfach nur 3 gegen 3, dann gibt's ja wieder 3 Millionen Kisten. Genau. Kisten, die ich sofort aufmachen muss, weil ich's nicht farmen kann. So, aber das ist grad ein bisschen kacke, wenn ihr beide so rumhüpft und ich euch nicht heilen kann. Ich hätt' ich glaub' ich lieber möcht' ich... Na, die haben's selber nur wieder jetzt. Sie ist hinten. Ich follow jetzt nochmal den Doomfist. Oh, die ist ne Trickete. Ja, komm. Der Reaper ist fast tot, wenn er nicht geheilt wird. Ja. Das läuft ja sehr gut. Komm, alle guten Dinge sind 3. Jetzt machen wir's besser. Oder wir spielen dann doch Mystery Heroes. Mit Gottes Willen, nee. Komm schon. Nein. Du willst es. Das ist so langweilig. Warum denn langweilig? Weil du einmal ne Kombo hast, wo Scheiße ist, und dann kommst du überhaupt nicht mehr voran. Da geht ja eine Kombo, die stabil ist. Nee, nee. Das hab' ich so oft gehabt. Das geht in die Hose. Das macht ganz wenig Spaß. Und ansonsten ist es nur frustrierend. Da haben sie. Hier ist ein Wrecking Ball. Die machen Fairer Mercy Kombo. Ja, komm. Angeblich nicht getroffen. Danke. Ah, fick dich doch ins Knie. Angeblich nicht getroffen. Was eine Scheiße. Boah, ey. Das ist schon wieder zum Ankotzen. Ach, nur weil wir mal am Fallbieren sind. Nein. Ich hab die Fairer getroffen, aber ich hab angeblich daneben geschossen. Ich hab durch die durchgeschossen. Das ist so bescheuert einfach. Weil sie, weil beim Server war sie woanders gewesen. Aber bei mir war sie bei mir. Das ist doch, das haben wir gestern die Nacht einfach so viel gehabt. Das ist so bescheuert programmiert. Du hast sowas in keinem anderen Spiel. Du hast es nur in Overwatch. Nein, nein, das ist viel. Und das ist einfach frustrierend. Ich glaube, das will ich mir nicht ansehen. Okay. Ich bin mal einfach. So geht's schneller. Was gibt's denn eigentlich noch so? Eins gegen eins. Überraschungshelde. Tast Chaos. Okay. Nur Scheiße. Ja, was heißt Scheiße? Ich hab halt nur random Helden hast. Ich hab da nur schlechte Erfahrungen mitgemacht. Und häufig ist es auch einfach nur frustrierend. Wenn du natürlich zusammenspielst, also mit mehreren Leuten, kann das ganz okay sein. Weil du dich absprichst. Also es sind doch drei Leute. Ja, wenn du dich absprichst. Ja, ich glaub, äh, Dragon kann auch reden. Nein. Sag ich doch. Wie findest du eigentlich mein neues Hype-Emote, was ich bei Discord hochgeladen habe? Äh, keine Ahnung. Ich kenn das nicht. Boah. Du hast das noch gar nicht gesehen. Weißt du wie... Aber was de Gasmos hast du dann sofort kommentiert? Ja, klar. Weißt du, in wie viel Discords ich bin? Weißt du, was da abgeht? Meinst du, guck mir alles genau an? Da hab ich da keine Zeit für. Oha. Dann geh mal aus dem Paar raus. Du musst nur in den wichtigen drin bleiben. Du musst ja hier raus. Guck mal, das passt ja mal damit dann nicht, ne? Ei, ei, ei. Welches ist es denn? Wo seh ich das denn? Ganz viel Schnurr da raus. Der Pikachu da. Mit der Feder oder was das ist. Was für eine Fee? Ja, Fee der... Fee der? Keine Ahnung, wie das heißt. Watte be happy. Das? Watte be hype. Das steht happy. Hype. Das ist mir scheißegal. Da steht happy. Wo steht happy? Ach so, du bist viel zu weit oben. Das ist ein Bilderspam, ganz unten. Ah. Ach das da. Okay, gut. Okay. Und warum hast du, ähm, äh, warum hast du das andere gemacht? Welches andere? Ähm, Watte P, Watte B Gesse. Warum? Warum nicht? Warum macht man sowas? Weil ich das cool finde. Okay. Da, da könntest du auch eher mal angucken. Hast du das selber gemacht? Mein neues Mimot, ja klar, und mein neues anderes Mimot. Ja klar, also selbstverständlich. Ja, natürlich mache ich meine Mimots selber, wenn ich es schon kann. Mimots. Wenn ich es schon kann. Meine Mimots. Yeah. Spiel gefunden. So, was machen wir? Mimots. Wählen Sie den Husten. Echt? Du wirst jetzt schon fairer Mercy machen? Du musst keine Mercy dazu spielen. Ja, ist aber gut. Brauchst jetzt, ich treff. Du spielst wieder, warum solltest du nicht treffen? Ja, fairer ist doch ein bisschen was anderes. Nein, Dragon. ist schon einer tot bei den Dänen? Ja, die Widow. Alter, der Genji, ne? Der Genji hat es aber richtig auf dich abgesehen. Alter Schwede. Ja, aber ehrlich, ja, nur Rechtsklick, 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 ja, kann nichts anderes, nur Rechtsklick, Rechtsklick, Rechtsklick. Hätte man Linksklick gemacht und irgendwas getroffen, weißt du? Keinen Bock mehr auf Widow. Na, das bringt ja nichts. Aber mit 3 und 3 ist das ziemlich schwierig. Ja, ist schon so. Da musste unglaublich gut sein und sobald da irgendwie was tanky ist, keine Chance. Ich bin schon ein bisschen hart, aber hier hinten auf dem Tisch ist mein Evo hier. Nein! Nein! Ich bin zu weit weg. Das war ein bisschen zu viel Damage. Ich habe da ein bisschen Hilfe gebrauchen. Die Wall ist kacke. Ist das ihr letzter? Ja. Ja. Wo ist denn die? Yeah, das war voll schwer. So, jetzt spiele ich. So, soll ich Lucio oder Frikette spielen? Wie du willst. Komm, ich spiel Lucio. Ich spiel ein Jazzy. Keine Mag-Jazz. Alter Schwede. Was ist hier wieder? Ein Reier haben sie. Da hinten ist er. Ist er irgendwo hin? Ist tot. Nice. wo ist die Widow? weil diese auch tot? weil diese auch tot. unsere. Ja, wenn ich halt den Speedboos dann habe, ist es halt kacke für die, die uns zu treffen. Ja, es ist wirklich schwer. Das war jetzt, äh, doch sehr einfach. easy FC on my day night score. wenn du Musik abspielen willst, du weißt, wie es geht. ne, Eiskinzett? da dir ja letztes Mal beim Zeichnen meine Musik gar nicht gefallen hat und du einfach abgehauen bist. jetzt ist es Maria. Das klingt, als würdest du die Flasche futtern. Du willst eigentlich nur trinken, aber frisst dann die halbe Flasche. war ja auf. Ja, ich habe Lust auf Plastik. Geil. Wie wär's mit Glas? Plastik schmeckt richtig geil. Glas ist aber viel gesünder. Ja, aber Glas tut so weh auf der Zunge. So. So. Ah, nö, er ist nur eine Osumab-Full gekommen. Das ist gut. Ähm, okay, ich spiele dann mal Moira. Ja, Shimada Bros. Ich habe einmal im 3 gegen 3 habe ich auch Moira gepickt und die hatten noch alle 3 und ich habe mit Moira alleine noch weggebobbt. Das war schon ein bisschen strange. So, ähm, ich habe Angst, ich weiß nicht, wo ich hinlaufen soll. Ich kenne die Map nicht. Nicht? Nö. Der anderen Seite sieht es nur genau so aus und hier in der Mitte nur dann halt mal den Punkt einnehmen, wenn es zu lange dauert. Achtung, liegt die Sprengung. ich kann nicht durchs Schild heilen, das war doch blöd. Aber die stirbt, die Ashe stirbt. Ach shit, ja okay, gut, nice. Hanzo. So, machen wir jetzt fair mercy. Nein? Ich will nicht, du sie auch. da. Alter, ich will nicht, alles, das ist zu uns. Alles ist gut. Los! Nicht nur du, die Granate war nice. Oh Gott, leben nur noch die zwei fertig? Scheibe, oder? War die Anna auch noch da? Die Anna habe ich schon. Ah, okay. Wow, zwei ist laut. Soll ich wieder leise werden? Ne, ne, ich mach dich leise. Okay. Okay. Okay, let's go. Ja. Bist du gar nicht, du Lügner. Wie viele Lootboxen fehlen dir denn noch? Dragon. Hallo. Hallo. Okay. Ich weiß nicht, sie ist tot, sie haben keinen Heiler mehr. Hä? Was sind alle? Danke für die Unterstützung. Ich stehe nur auf der Hamilton. Nur noch Hamilton? Ja. Ist der unten? Michael. Oh nice. Nein. Ich probiere das nochmal mit Lucio. Es lohnt sich. Nein. Ich probiere das nochmal mit Lucio. Affe, Widow habe ich schon gesehen. Ich werde Zibido wegholen. Oder auch nicht. Na, ich hole grad. Zibido holt uns weg. Zibido ist tot, ne? Ja, ja. Es sind nur noch die beiden. Nein. Das könnte sich noch etwas schwieriger weisen. Ich brauche auch nicht. Bäm. Nice. Bäm. What did you say? Mein Kill. Mein Kill. Mein Kill. Menno. Ja, die erste Runde müssen wir uns so einspielen. Jetzt läuft's doch. Ich esse wieder meine Flasche. Mahlzeit. Danke. Es schmeckt echt gut. Glaube ich dir. Da hast du ja wirklich viel getroffen. Hä? Achso. Okay. Wie hab ich den Affen denn gekillt? Rückstoß. Cool. Ich hab keine Lust morgen arbeiten zu gehen. Hättest du auch behauptet. Ich glaube ich lass mich echt krank schreiben. Warum? Das ist dein Chef. Dein Chef oder deine Chefin gehört. Ich gucke bestimmt auf Stream. 100 Pro. Dein Chef wird ausflitten. Auf jeden Fall. Wählen sie ihren Helden. Los, wählt euren Helden. Wenn du dich immer heilst. Ja. Jemand muss es ja tun. Puh. Die wichtigste Rolle übernehme ich. Okay. Du bist die einzige mit Brüsten. Ich weiß ja nicht, ob Lucio Brüste hat. Deswegen übernimmst du auch die wichtigste Rolle. Das ist schon richtig so. Die haben eine Symmetra und wollen uns reinlocken. Der oben rechts ist Shrunkraft. Achtung. Nein. hai. Wow. Da ist der Shrunkraft. Alter Schwede, ich treff den. Das gehts ja gar nicht. Ja moin, Double Kill. Lol. Gut gemacht. Nice, er hat es nicht mitgerichtet. Jetzt liegt es an unserer Wukka-Zatte. Oh Gott, als ob ich gegen den Roadhog ankomme. Ich locke ihn hier an einem Abhang und schubs ihn dann runter, okay? Ich bin hier. Das passiert, wenn diese Zeit abgelaufen ist, wer gewinnt dann? Ja, dann müssen wir den Punkt einnehmen. LOL. Also ich muss den Punkt einnehmen, besser gesagt. Ich gucke mal, ob du da rausholen kannst. Ah, nice. Schnell! Oh kacke, es hat nicht gereicht, scheiße. Schnell nochmal. Ich glaube nicht, dass es eigentlich nicht gereicht ist. Das gibt es doch nicht. Oh Gott, ja, das war so klar. Kacke. Hätte er nur ein Stückchen erhöht gestanden, hättest du ihn echt wegschubsen können. Soll ich Moira spielen? Ich spiel mal Moira. Support gegen Tank. Ne, nicht zwei Supports. Support gegen Tank ist aber auch kacke. Bestchen. Wo kommen wir da drin? Ja. Affe hier, Zenyatta. Scheiße. Muss den Zenyatta zuerst killen. Der Affe hat den Scheiß ab, der stirbt nicht ohne weiteres. Ich hab da Damage Orb reingeschmissen. Ja, ich, das war vielleicht nicht so slow. Oh, die haben auch ne Bärschen. Oh, ernsthaft. Wie langweilig. Oh, das ist ja echt assi. Oh Mann, erläutert. Das ist ja echt nix. Na, endlich. Nice. Gut. Wo ist die Bärschen? Ich muss die Welt, ich bin tot. Ich bin tot. Alter Schwede. Ey, wie langweilig ist denn sowas? Na gut, jetzt können sie es nicht mehr spielen. Wie lang müssen wir das noch machen? Was? 3 gegen 3? Ja. Gibt's zwei, da gibt's... Gibt's spezielles? Es gibt halt Lootboxen. Ach, die sind nieder. Ja, wir können ja auch nachher mal Quickplay spielen, wenn's für Drang okay ist. Klar. Ich muss mal ein bisschen abwechseln. Ich bin ja grad euer Gast sozusagen. Auch Gäste haben was zu sagen. Wo bist du mit Pharah? Ich muss grad unseren McRee heilen. Ey, sag mal... Rechts ist rechts, 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 rechts! Unten drin! Ich glaube, die picken jetzt Pharah Mercy. Ihr müsst auf jeden Fall was picken, was ihr dann vom Himmel holt. Und dann kann ich das nicht mehr nehmen. Es lohnt sich für uns, was denkt zu, 1, 2, 1, plus Match Pro. I told you. Thoros ist fast tot. Ich kotze ins Essen. Das gibt's doch nicht. Auf wie ist sie tot? Scheiße, euer Ernst? Ist okay. Nee, ich dachte, das ist irgendwie, du machst das, du musst drei mal drei Spiele hintereinander gewinnen, dass du nochmal extra fünf Lootboxen kriegst oder so. Nee, nee. Du bekommst, das will ich sehen. Du bekommst, ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Ich hab einfach die Mercyden Rassen gekillt. Du bekommst einfach bei dem dritten Win noch eine zusätzliche Lootbox dazu. Ah, okay. Und das kannst du halt dreimal machen. Aber wir können jetzt mal Quickplay machen. Ups. Vielleicht nicht hierhin. Aber immerhin habe ich Fairness bekommen von irgendjemandem. Bald hast du die Flasche gegessen, gell? Ja, ist nicht mehr, fehlt nicht mehr viel. Ich muss viel trinken, mein Hals ist trocken. Ich hab eine trockene Kehle. Du kannst ja auch kleckern. Nein. Schön alles übers Shirt. Nee, ich hab den Tee schon ausgekleckert. Warum machst du sowas auch? Es war keine Absehung. Ach komm. Du wolltest nur Views haben, sei ehrlich. Nein. Nein. Ah, was manche Mädels schon da veranstaltet haben und immer noch tun, ist echt lächerlich. Ähm, ich will mal Lucio spielen. Lucio, Lucio. Ich bin aber nicht so ein Mädchen. So was schmutziges machen. Ja, ja. Was denn? Du kannst Französisch, oder? Ja, nicht die Sprache. Ich bin mal Pelche, äh, Veloc Stel. Äh, ja, du mich auch. Cherche à la femme. Hey, und das? Sauber. Shit, damn. Shit, damn. Das weiß ich noch, was das heißt. Ah, den Rest nicht. Oder wie? Einmal du hast wieder hergeredet. Weißt du, wie lange es her, dass ich Französisch hatte in der Schule, irgendwie in der Schule? Fünften Klasse, oder so. Das ist bestimmt zehn Jahre her. Ich habe mir Französisch selber beigebracht. War nicht schwer. War der... Recht nicht. Ich kann Sprachen überhaupt nicht. Ich rede ja nicht von der Sprache. Lucio lebt noch. Ja, ich lebe noch, hast du recht. Nein, du doch nicht. Aber Reaper, meinst du... Alter, Spät, wieso bin ich hier oben? Warum bist du nicht tot, meinst du? Nein, ich habe mich hochgehookt. Ey, wahrscheinlich habe ich mich an dieses scheiß Klimagerät gehockt und habe es nicht hochgeschaut, weil ich drunter war. Oh, Mann. Der Roadhog ist sehr low. Ich habe mich an diesem Kopf, der mich noch weiß, was ich hier kackelt gerade. Ich habe noch versucht, dich zu heilen, Drang, aber irgendwie warst du da doof. Standest du da doof. Hinten links ist der Wreckingball-Auto. Wow, das war so viel Damage. Ja, natürlich ist es ein Reaper. Natürlich, Fettsack, du kriegst mich noch. Aber warum spielt man drei Sniper und einen McCree auf dieser Map? Wir könnten ja gar nicht pushen. Das ist total kacke, finde ich, irgendwie. Ich muss nur wieder mal alleine heilen. Der Roadhog hat mich zwar rausgezogen, ich bin trotzdem verrecht. Oh, Reaper. Oh, man. Ja. Was Gott ist die deutsche Stimme von Doomshit. Doomshit. Heiß Prinzessin, warum spielst du nicht mit? Lass mal Gosu liegen und spiel mit. Fünf. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Runde. Who too bad for me, Omega Lul. Genau, Omega Lul. Dann halt nicht. Hey, wir haben einen zweiten Highlock. Ich dachte, du musst die wieder mal ein bisschen still anspielen. Ja, das ist für mich nicht. Der Weeper, ne? Der Roelog ist fast tot. Das ist doch so ein Affe. Wer? Der Doomfist. Schmeißt der mich doch sogar noch runter? Thumbs in the Farrah. Geil. Oh, keine Mercy dazu. Ja, ist doch egal. Oh Gott, ich leb immer noch. Farrah's links oben. Farrah's links, ne? Immer noch. In dem Gebäude? Irgendwo da, ja. Ja. Jetzt nicht mehr. Wow. War lucky. Okay, Fettsack ist runter. Boah, jemand muss auf jeden Fall die Farrah killen. Kommt auf die Minen auf! Die Minen auf. Ich versuch' auf die Minen auf. Die Minen auf! Du bist auf die Minen von der Mäul, mal weit weg. oh nein oh diese pharah die nervt halt schon wieder ja die ist hinten oh natürlich ich hab sie immer noch ja wir sind alle tot wir haben doch einen McCree, warum holt der denn den nicht vom Himmel? weil der es nicht kann ist das ein Noob jup Happy Pork voll abgelust aber hallo warum haben wir da den Punkt nicht eingenommen? zwei Picks keine Ahnung weil keiner gekommen ist warum hast du nicht gesagt was du zwei Picks gemacht hast das siehst du doch ich war konzentriert weil der ähm irgendwas war links von mir ja ja deine Hand die ist an der Maus Schätzchen ja deine linke Hand ja meine linke Hand ist an der Maus Schätzchen die Linkshänder? ja Schätzchen hast du es immer noch nicht geschnallt also weißt du ich dachte nur so ja trotzdem ist deine linke Hand links von dir ja natürlich deine rechte Hand ist ja auch da wo die linke Hand ist ne? du weißt ja links ist da wo der Daumen rechts ist ja ich spiel jetzt Mercy oder pump up your RPM gibt es einen Tank? Gibt es Tank? garantiert keinen Tank ich weiß es nicht oh kein Tank yay guck mal Dragon ist ein wahrer Freund der spielt jetzt Tank auf meinem Boden liegen überall angefangene Päckchen von Papiertaschen Taschentüche ach wie gut dann muss ich nicht aufstehen und mir ein neues Päckchen holen das solltest du dir einen Mülleimer mal zulegen ich hab einen Mülleimer und schmeißt du das dann in den Mülleimer weil die Päckchen noch angefangen sind und ich die noch aufbrauchen soll bevor ich sie wegschmeiß warum benutzt machst du nicht ein Päckchen leer bevor du das nächste aufmachst ja weil ähm ich die Päckchen dann immer auf meine Beckenkante mache die Papiertaschen Tüchlein Päckchen und so und wenn ich dann schlafe und die runter schmeiß in meiner Decke und sie dann nicht findet dann hol ich mir ein neues Päckchen und dann liegen die so neben meinem Bett und ich tu neben meinem Bett meine Tasche immer hinstellen und dann liegen die Päckchen unter der Tasche und deswegen hab ich sie nicht gefunden und deswegen liegen das viele Päckchen so Typisch Frau Kurzverfassung Na schön Ich würde mich nicht gesehen Okay Ja Achtung Ich bin Fist Seh dich nicht seh dich nicht Oh Ich kann dich leider auch nicht wieder leben Oh Kacke Ich hab zwei Leben Ich hab 18 Ich hab mein Tod vielleicht gefunden glaub ich Ich hab mein Tod vielleicht gefunden glaub ich Ja Die wollen einfach sterben Die wollen einfach sterben Ich kann dich da nicht wieder so leben Ich kann dich da nicht wieder so leben Ich bin einfach dran Da fällt mir nichts so ein Ich bin einfach dran Ich bin einfach dran Ich bin einfach dran Zum Glück hab ich meine Ulti bekommen Zwei Grad ich und Freund Bleib ihm nur im Sichtfeld hier würde haben sie nicht mehr hallo wie geht es dir denn hallöchen hör auf wer mich da wiederbeleben will uuuh recht nein ich lauf natürlich voll in die ulti rein ich hab den freund verlieren wir jetzt viel besser danke das ist schön ich bin dafür erkältet mir stirbt keiner weg dafür bin ich krank so ein arschloch ernsthaft ernsthaft ey schwarze schokolade ich verstehe nicht was wir mit der saia wollen warum spielen alle immer mit irgendeiner ja komm die bringt dir einmal was und dann ist das thema erledigt und genji ist halt nicht schlecht ja aber für was denn dann hast du das ein einziges mal das ist einmal wenn du das verkackst dann ist aus dann verlierst du den spot oder sonst irgendwas deswegen kapiere ich diese spielweise nicht ja das war ein bisschen viel zu viel damage komm unser genji zeig mal was du hast ich weiß jetzt ohne was du kannst okay ich bin tot guck mal mein glückssprenger aber grad läuft es nicht so glücklich was machst du denn du bist alleine gell ich bin tot oder meinst du meinst du meinst du dragon oh nein ist das unser genji okay so jetzt wurde sie defensiv genutzt und nicht offensiv das war finde ich viel sinnvoller ja das ist schon so das ist so und ich habe ein ein schäfchen was die hallo sagt und das kann auch tanzen und zwischendurch ists mal was niedlich ja ne ich auch Pikachu kann auch niedlich sein Achtung du im Fiss mh der will unbedingt mich im Fissack Fissack von rechts scanne ich ihr auch hinter dir hinter dir hinter dir ich konnte nirgendwo hin fliegen kannst du mich nach dem game inviten wenn du magst ich dachte ich wäre zu schlecht für dich Bist du auch? Oha! Wenn du uns nachher nicht carryst, dann fläm ich dich zu. Leute, ich hab ihn getroffen. Hast du mich liegt da? Ja, ich hab den Doomfist erwischt. 100% Oh, McCree ist unten links, unter euch. Oh Jesus. Oh Jesus, ja. Das ist nicht mehr genau. Echt, der Eisschnitte ist ganz gemein zu mir. Den Schaftanz jetzt mal für euch. Danke. Ich hab einfach reingeballert. Ich hab einfach reingeballert. Oh Gott. Dann dance da oben. Disco, Bogo. Jetzt war die Gravetyp Gravi gut. Aber sie war nicht offensiv. Wenn du ein Herzchen postest, dann postet sie das Schäfchen auch Herzchen zurück oder irgendwas anderes. Herzack pennt. Also, so ein Herzchen. Genji ist oben. Du schreibst, öffnest ein Geschenk. Na klar, zieh mich da der McQueen auf. Lol, Genji vs. Genji. Ha, geil. Das war cool. Ich war Genji ult gegen Genji ult. Ja, es war geil. Jeder hat irgendwie einen gekillt. Oha, sind alle tot. Boah, der Genji ist auch fast tot. Ja, komm. Granate hast du gekriegt, aber okay. Ach, du bist doch so ein Affe. Ach, ey. Es ist so lächerlich, was der alles noch kann. Ich freu mich echt auf den Nerf. Von Brigitte? Nein, vom Doomfist. Ja, McCree, ich hab die... So, ich weiß nicht, ob das bringt, wenn ihr jetzt noch Ulti zwingt. Ja. Ah, jetzt hat er so eins. Nee, Doomfist kriegt auch einen Nerf. Wenn du, wenn du nach dem Upwork hast, kannst, bist du nicht wieder, bist du nicht drei Sekunden genommen. Ah, okay, cool. Dass wir das immer noch deathen, finde ich gerade irgendwie lustig. Ja, ich würde das stimmt, ich würde sagen. Oh, jetzt lebe ich aber nicht mehr. Ich war doch gar nicht mehr in dem Scheißkreis drin, ey. Oh Gott. Wenn du traurig... Traurig schreit. Dann weint mein Scharf. Füßt das Nasenputzen. Ach, wie langweilig. Danke. Du bist ein Lucky-Ulti, ne? Ja, mit Saria. Nur wegen meiner Granate. Nur wegen meiner Heilung. Nur wegen meinem Schaden. Den habe ich auch gemacht. Ich nicht. Entschuldige ich mich. Nur wegen euch haben wir verloren, so. Du bist böse. Ich weiß. Okay. Gut so. Mrs. Angel, wenn du möchtest, kannst du Ausrufezeichen SR bei mir eingeben und einen YouTube-Link, dann lässt es die Musik bei mir abspielen. Wenn du ein bisschen Musik abspielen lassen möchtest, kannst du das gerne machen. So. Angriff. Komm, ich spiele mal Wrecking Ball. Ach Mist, ich habe vergessen dich einzuladen. Oh. Äh, da. Ne, ne, passt schon. Na, ist okay. Dann komm doch halt einfach ins Discord, damit ich auch nicht vergesse. Das ist ein trauriger Renji. Meint der Blut. Sieht komisch aus. Auf den... Da hab ich hier in den Augen. Ja, das brauche ich mir zu. Dann komm doch mal auf. Leber Sie kurz zurück. Das ist ein trauriger. So. Wir rühren das nicht. Aber es ist wieder ¡winden! Ich kann das nicht drüber. Aber es geht doch gar. Ja. Das kann auch nicht. Da. Also das. My dream Du verkriegst dich mal wieder in die Unteren meines Zimmers. Okay, dann viel Spaß in den Unteren deines Zimmers und danke, dass du da warst. Tschüss! Und Tiefen, alles klar, das geht natürlich auch. Das ist ein cooler Remix. Ich würde niemals hauen für eure Überzeugung. Ich würde niemals hauen für eure Überzeugungen zu kennen. Du warst einmal eine Legende. Schau dich jetzt an. Nur noch ein Schatten, wenn der Fall ist. Ich nehme an, dass Reis gewiss kam auf die Wand. Ich würde niemals hauen für eure Überzeugung. Ich würde niemals hauen für eure Überzeugung. Ich würde niemals hauen für eure Überzeugung. Ich würde niemals hauen für eure Überzeugung immer wieder. rechts oben ist eine saiyah tanzo mei haben sie noch ich kann mich gerade leider nicht mehr davon schleichen kacke hallochen mei ist rechts du bist auch rechts oder kacke wenn die name haben kommen da nicht mal ansatzweise durch heilung wäre cool ja ja auch ich bin ein gott Oh nein, nein, nein! Was ist denn los? Mino-Deeps Bob is popping off Bob is'n Bob Ja, das stimmt Ah, was? Da hinten ist ne Bell Ich hab gar nichts gecheckt, gib mal auf'n Point Ich hab' grad voll nicht gecheckt Oh nö, ich will nicht, dass du wieder ins Treff bekommt Come to me, come to me Das machen wir noch Jetzt nicht, ich bin nicht da Genji oben, äh, am Schiff Er ist discordet Er ist discordet Er ist discordet Könnt's warten, wenn ich brauch's Eben Flasch Ja, nice Ja klar, trifft er mich mit seiner Flashbang Genji Aber natürlich Ach, du spielst Farah Glaub ich bin er Komm, komm ein bisschen zu mir Jaaaa Danke Er ist fast tot Nein Nein Hinter uns ist ein Hanso Und ich bin gleich tot Nein, Alter, du Pisser Meislo Wo ist sie? Rechts in dem Haus Ah, die Ash Die Ash verschießt die Keine Ah, Ash Oh ja, heißt Ash, oder? Die Neue Ja, ja, die Neue heißt Ash Die hat eh nur dreimal an ihr vorbeigeschossen Das ist gut, Mann Ja, ja, nein, 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 ja Oh, ne Brüder haben sie jetzt auch noch Hanso müsste ja in der Nähe von der Payload sein Ja, ich, äh, ich muss die Klasse und das kenne Trigon Was? Sprichern! Gehen wir sowas halt bei Rom Ich will nicht sterben Yikes Na, die sind ja... Lol Wunder, wie gerade, wo sind die denn alle? Widow ist links von der... Echt, das gibt's nicht, die sieht das nicht Hinter der Saison Hinten ist mehr, was darf Hinten ist mehr, was darf Irgendwie lustig Nooo, ich werd nicht eingefroren Ach, mein Müll Fuck off Ich weiß nicht, was für ein Tank ist Ja, Hanso, komm Vier einfach trifft Ähm, was wohl? Die haben... Drei Sniper Reinhard? Ähm... Winston wär gut Was willst du mit Winston Schill Winston weg? Ich schlaufe natürlich Hansi ist discordet Hansi ist low Hansi ist sehr low Widow ist hinter uns, ist half left is one Treibste nicht Alle dies... Danke Lucia ist fast tot Ich krieg ihn leider nicht Danke Lucia ist hinter uns LOL I'm coming Don't turn me Oh shit All are dying on me Komm zu mir Ich kann dich healen Meinst du mich? Ja Ich halte mich auch selber im Leben Ich hab Hanso gekillt Danke Das ist eure gerechte Ich bin da Ist discordet Das gibt's doch nicht Da überlebt er das Das gibt's doch nicht Ah, da ist discordet Oh nein, nicht noch mal Das ist grad zurückfahren Du hast nicht Alto Das täman образом zum Obst Halb Fortnite Für Moltes An say Gleiches Unangt Geluchter Gefährliches Satan Das ist hoch Der 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 Weck when's grad In michosphere Hat Also gerollt und ist daran gestorben. Das war geil. Gar nicht so schlecht für die erste Runde. Ja, ich hab gecarried mit dem Wrecking Ball. Den den überhaupt nicht spielen. Ja, wie die alle schon auf dem Haufen stehen. Wie schlecht muss die Ana gewesen sein? Schlecht. Ich bin auch mal leider raus, sorry. Kein Problem. Danke, dass du da warst. Hau rein. Tschö tschö. Ja, danke. Ein Ründchen mach ich auch noch mit und dann ist fertig. Jo. Fünf bis. Ah, ich war't. Hä? Musikern. Das war die Maier. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Vielen Dank. Ah, ich will ja nicht krank sein. Aber ich glaube, ich mache nach der Runde auch mal meinen Stream aus. Der läuft schon zwei Stunden. Und? Gotta get it grind. Gotta find those followers. Zwei Stunden ist nix. Zwei Stunden und sieben Minuten und 31 Sekunden. Und ich muss mich glaube ich mal ein bisschen hinlegen, ich hab Kopfsch... Wie krass, wenn du es lässt. Spielst Zen? Ja, darf ich das nicht? Nein. Doch, du darfst das. Na also. Die spielen eigentlich viel zu selten. Ja, Zen ist eigentlich schon cool. Das hört ihn halt niemand. Die Sau. Die Sau. Die haben ne Pharah? Nein. Die haben ne Ashe, die da. Ohne Pharah, oder? Ohne Bastion wurde ich verarscht. Hat Orb. Ah, im Bastion hab ich nicht gesehen, sorry. Die wird wieder belebt. Wow! Alter, schee, ich soll wegfliegen. Alter. Der Bastion lebt wieder. Die shredded mich wie... Zarya kann sterben. Ich springe in drei Sekunden auf den Bastion. Bespringst du ihn? Achille, danke. Ja, ich kann dich da halt... Oh Gott, wie hat die schon eh geholt? Die... Die ist tot. Die pocketen den Typen so hart. Den Bastion. Ich hab gleich Blade. Wenn die alle so geschnitten sind, kann ich euch echt scheiße schlecht heilen. Wir können gewinnen. Oh mein Gott. Bob gegen Bob. Unser Bob wird aber geheilt. Heiler! Bitch. Oh mein Gott. Ich bin Teerclid. Das wäre Lucio. Ich bin Lucio. Danke. Hat es. Ah! Hab sie. Nice. Good job. Oh oh, das ist eine Pass. Sehr low. Gink was on point. War on point. Nehmen wir an Lucio. Ja, Lucio ist auf'n point. Geist. Heilt off. Wo bist du, oder? Irgendwas ist hier abgeholt. Oh fuck. Heilt doch schon, man. Ah, der kann auf, der kann auf, der kann auf. Au! Scheiß Bob. Ah! Oh Gott! Ich könnte es dem Punkt hergeben. Nein! Ah! So, oder auf mich. Okay, dann schauen wir, ob es noch geht. Kacke. Wie zum Fick! Ach Gott. Ich wurde nur noch in alles hergestopfen. Oh, der Scheiß-Boobs everywhere. Hilfe. Du magst keine Boobs? Nein. Was? Geil. Nein, wirklich, zu groß dürfen es nichts haben. Ich muss ein bisschen schön in die Hand passen. Alles klar. Ist doch so. Weil, ganz ehrlich, Hängetippen schon auch nicht gut aus. Naja, manchmal ist das so. Ernsthaft? Oh, jetzt hat es sich. Na, die Äsche... Scheiße. Oh mein Gott, den Sleep dort ihres Lebens. Oh mein Gott, den Busen bis zum Bauchnabel hängt. Ja, das ist es. Oh mein Gott, den Busen bis zum Bauchnabel hängt. Okay. Der Reifen von hinten. Alter, die hat mich... Wie? Geht da nicht so weit nach vorne, bitte. Oh mein Gott, sorry. Zaya ist tot. Ja, die will wieder gelebt. Zarya hat... ...Ref. Junko, damit sie killed. Mercy ist tot. Ich habe zwei Picks gemacht, geht auf den Punkt. Ey, der Ding geht nicht auf den Punkt. Nein! Bullshit! Das ist fucking Bullshit! Die haben dann in den Black geworfen! Ich hab's geblit! REACH! Ich hab's geblit! Ach, dabei habe ich das so schön gezählt. No, no, I'm going to see the replay. Drei Goldmedaillen und ihr. No comment. No comment on that one. Ja, da geht's gut again. der muss bald abbrennen die sniper gegen jetzt schon auf anna low ich brenne alle brennen anna keine naht du bist hier tot? anna auch gleich den brand gefährden bullshit dass er da nicht stirbt ich hab gleich blade russi und zarya verfreuen russi ist fast tot russi ist tot easy 4k was lauert denn der da im chat wer interessiert ist holy das war clean warum schicken sie da rein ich hab keine heilung mehr hat dem die ulti bestimmt gleich ich hab's los ist tot die haben triple support die mercy ist fast down die mercy ist fast down die war wirklich fast down triple support bringt sie ihnen halt auch nicht wenn sie es nicht können schafft ihr das zu treffen hat es bis dort hat es muss weg muss weg oh ein hp noch ich bin gleich da ich lass die heal rein nein die anna ist tot ja nein geh mal her na fuck nicht mehr ulten mein ist gleich wieder voll der pizaria macht viel zu viel damage die wird ja auch mal aufgeladen aber warum schießt man denn auf die wer die schild hat verstehe ich halt das manchmal nicht mehr anpassen kann das besser ist man schießt darauf hört einfach auf zu schießen ja dann wird die sarah bald wieder ult ja nehm ich an ja ja mann und ist bereit hast du einen ult oh fegt dich doch ins knie ich hab meine ulti gleich ja nein nein nicht ulti da war ich nicht ulti kannst du mich reflektieren was sei es und klar kannst du kannst auch in hand so sein normalen strahlkanal nein aber ich nicht die fleck weiß ich sag mal ich komme rein tot komme ein tod ich glaube wir pushen gleich mal geht doch vornerein geht doch vornerein der chance schubs euch runter die haben in hamilton jetzt deadcraft kann du kill someone es passiert halt nichts wo ist die sarah hier links ist sie mit der mercy hier links ist sie mit der mercy hier links ist sie mit der mercy die rechts sieht die haben wir den die das hat dir gefallen schon krankes schwein wie es ruhig ist schön wenn man frauen ertappt hat bei irgendwelchen schmutzigen sachen auch hier und außerdem wenn man darauf zuläuft wenn man hochkonzentriert ist nicht dann kann das auch mal untergehen ich erinnere das nix ich erinnere dies nächste dran schätzchen da ja disk sarah ist low anna ist low hab sie nice chunk ist auch low chunk ist tot oh gott oh gott ich war in seiner falle und dann ist er da passiert b**** i'm not burning 40 bis bräht ja ich hab bald voll los hat los hat auf Los, ihr habt ihr auf. Jetzt, ich burn. Ah, ich burn. Ich sei ihr auf. Ich hab sie schon geheilt. Oh, ich hab keine Heilung. Wir sind alle zusammen hier. Danke. Schön. Ich hab Blade. Ah, ich bin für die Fasche gegangen. Saria hat Grave ziemlich sicher. Ah, der war Damage geboostet. Fuck me. Zurück. Wow. I got buttsext really good. Er ist fast tot. Wo ist die Saria? Rechts oben. Da ist er. Irgendwas ist Highground. Lose, Lose und Spot hat Disc. Lama, danke für den Follow. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Chunk wird es oben. Ich bin da ja tot. Chunk wird tot. Easy. Kick es. Hm. Nice. Boah. Nice. Nice. So. Ich weiß nicht. Ich hab die nicht einfach die ganze Zeit nach daneben geschossen. Also. Ne. I don't know. Ja, 11k ist schon nicht schlecht. Och, ich brauch noch ein Game, dann hab ich Level Up. So. Fertig. Nein, ich spiel noch mit. Nein. Ich bin ja tierlieb. Tierlieb. Du bist doch ein Tier, oder? Ne. Du bist ein Pikachu. Oder bist du kein Pikachu? Pikachu ist auch kein Tier, Pikachu ist ein Pokémon. Wir sind hier. Ein Pokémon. Das ist mit der Tastatur staubig, ey. Du spielst zu wenig. Ja. Ist so. Aha. Da war ne Katze. Töte sie. Und wo kam das Miau? Von dir? 100%ig. Nein. Wir haben keine Katzen. Ja, und? Ich mein Pikachu macht auch nicht Miau. Ich mein Pikachu macht auch nicht Miau. Doch. Nein. Also ne Fee eigentlich. Ja vom Typ, aber nicht von dem Tier des Sansa. Angriff. Ich hasse diese Map ja so sehr. Zügerwatte. Komm, ich spiele nochmal Wrecking Ball. Es hat Spaß gemacht. Zügerwatte. Zügerwatte. Gesundheit. Gesundheit? Warum? Warum nicht? Ich kann auch sagen, Prost Mahlzeit. Oder alles Gute zum Geburtstag. Aber niemand für uns hat Geburtstag. Mein Beileid. Ja, wer weiß. Wieso? Vielleicht hat jemand Geburtstag und hat es noch nicht gesagt. Oder bindest du den Leuten auf die Nase, dass sie heute Geburtstag hast? Ja. Achso, okay. Warum? Warum? Das ist nur Geschenke. Genau. Du wirst Geschenke, Zuneigung. Ich spiele Geschenke. Du wirst Geschenke. Du wirst Geschenke. Ach, spür mal. Was denn für Geschenke? Ja, ja, ja. Geschenke. Sexspülzeug kriegst du. Wurde Brigitte eigentlich schon unter Anführungszeichen genervt? Nein. Es ist ein Nerf. Es ist kein Nerf. Natürlich. Sie kriegt mehr Healing, dafür macht sie 45 weniger Schaden. Es ist kein Nerf. Sie kann die Leute nicht mehr in der Combo killen. Und sie kann nicht mehr durch ein Schild durchbärchen. Nein. Das ist schon ein Nerf. Dadurch kannst du mit ihr bei weitem nicht mehr so offensiv spielen wie vorher. Maaah. Ich bin gestorben. Aber ich habe sie ein bisschen abgelenkt. Alter, du Wichser. Das sagt man nicht. Das ist man. Das Wichser. Mein Spiel ist extrem laut. Berat. Der Rhoader kann sterben. Nevermind. Zaya ist fast tot. Himt euch ist Rhoader. Die Mercy ist auch fast tot. Himt euch ist ein Sleeping Rhoader. Was ist denn mein Game so laut? Oh, ich weiß schon wie du es so. Von hinten in den Kopf. Was, ich will retten? Zaya ist fast tot, genau. Nein, die wird fast tot, die ist oben. Die ist oben am Panzer links. Sie schläft. Töte sie. Bin auch tot. Irgendwann muss und geht. Das gibt es doch nicht. Auch wenn es nur einer ist, aber irgendwie muss sie es. Na geht doch. Das ist Geschützkind. Ich wollte die Fracht pushen, ist ein bisschen doof. Ja nein, es passt eh, wenn ich das mache. Ich habe nichts dagegen. Aber ich kann halt nicht weg. McCree ist über euch. Der ist links da, genau da ist McCree. Ich muss so ein Spiel leise machen. Das drückt man hier mal. Oh, no. Okay, ich habe keinen sleep. Nächstes. Ich bin da jetzt halt nicht durch drauf. Hinter uns ist ein McCree, ne? Komm her! Ja, ich hole mir mal selber die Heilung. Auf. Reinung verstärkt. Reinung verstärkt. Ich glaube, hier habt ihr nicht immer alle Mädels. Warum? Nein, die da. Gegner. Nein, der Healy ist weg. Weil sie am pushen fahren hier zu mir. Fettsack ist links. Also. Hubsi, danke. McCree ist links. Nein. Nein. Und ich drehe mich. Und ich drehe mich. Phantomig. Ja, die Ulti war not bad, würde ich sagen. Der Zweck hat mir ganz gut gefallen. So, ich mache jetzt mal die Lootbox auf. Uh, was rosanes. Uh, Coins. So, und ich sage euch dann mal danke, dass ihr da wart und man hört sich demnächst mal an. Auf jeden Fall. Zahlt ihr uns. Unanständig. Und gute Besserung. Ja, du auch. Und danke. Jo, hau rein. Tschö, tschö. So, Udle. Dann auch hier. Merci fürs Zuschauen. War ein kurzes. Na ja, was heißt kurz? 2 Stunden? 12. War spontan. Also, ne. Wird die Tage noch auf YouTube kommen. Und ja. Schönen Abend. Vielleicht sehen wir uns nachher nochmal. Wir wissen nicht. Gut. Also, schönen Abend noch. Bis später oder die Tage. Tschö, tschö. So, Udle. Das war's dann wieder für heute. Ich sage wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Kommentar da. Einen Daumen nach oben. Und wenn du es nicht schon längst hast, dann ein Abonnement. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn wir uns im nächsten Video oder am Stream wiedersehen. In diesem Sinne. Tschüss. Tschüss.